Korte und Ring – Politik, die bewegt Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast hier bei der VAM. Ein ganz besonderes Datum für uns, denn wir gehen erstmals auf Sendung mit Korte und Ring – Politik, die bewegt. Ein Podcast von mir, Dennis Ring, Chefredakteur bei der VAM und Karl-Rudolf Korte, einem der renommiertesten deutschen Politikwissenschaftler. Herr Korte, herzlich willkommen und schön, dass Sie mitmachen bei unserem Podcast. Klar, mache ich gerne. Es ist eine zentrale Zeitung und mit Ring zu sprechen und dann sich damit auszutauschen, ist immer ein Gewinn. Kann ich nur zurückgeben, mit Korte zu sprechen ist noch ein viel größerer Gewinn. Vor allen Dingen haben wir uns ja eine Zeit ausgesucht, um mit diesem Podcast an den Start zu gehen, die ja gefüllt ist von aktuellen Anlassen, zum Beispiel von der jüngsten Landtagswahl in Brandenburg. Erste Frage, Herr Korte, was hat Sie an dem Ergebnis am meisten überrascht? Die Zeit zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr. Es war unsicher, nachdem die Briefwahlergebnisse eingingen, ob der große Vorsprung der SPD hält. Die Volksgruppe Wahlen war unsicher, ob er hält. Und insofern war das fundamental für die Geschichte des Abends, wenn sich das gedreht hätte und dann doch die AfD noch knapp vor der SPD gewesen ist. Es hat sich dann nicht bewahrheitet, weil die Briefwahlergebnisse dann doch andere waren. Aber das war eine Dramaturgie, die man ganz selten hat. Sendung ist eigentlich zu Ende beim ZDF. Und dann kommt nochmal diese Jubsbotschaft. Zumal man es ja auch ganz selten hat, dass er auch für einzelne Parteien von diesen wenigen Ergebnissen oder Stimmen dann so viel auf dem Spiel steht, weil die SPD hätte mit der All-In-Taktik von Dietmar Woidke ja auch keinen richtigen Plan B gehabt, wenn er auf einmal auf Platz zwei gegangen wäre und hätte dann seiner Ankündigung Folge geleistet und wäre zurückgetreten oder nicht nochmal neu angetreten, wäre das ja ein ganz neues Tableau geworden. Ja, die Radikalität auf den Personenfaktor bei der Wahl zu setzen, auf den Amtsbonus zu setzen, was die Wählerinnen und Wähler, die so Fans des Erfolgs sind, auch schätzen und würdigen, das wäre vollkommen dahin gewesen. Aber er hat es auf der Ziellinie gut und klar erreicht und kann sich jetzt als Retter sehen, erstmal für Brandenburg natürlich, aber auch ein Retter für ein Modell von Aufruhljagden. Dass die Methode, die dahinter steht, die sich jetzt in die Geschichten der SPD übersetzt, mit dem großen Unterschied, dass Woidke Heben Ruhe Popularitätswerte hatte und Scholz nicht. Würden Sie daraus dann jetzt ableiten, dass ein Schlüssel für Wahlerfolge der SPD in Zukunft ist, auf einen Personenfaktor zu setzen und weniger dann auf sozialdemokratische Themen oder auf die Parteiarbeitern sich? Nein, würde ich nicht, weil es ist so, dass wir ja einen kommenden Wettbewerb haben von Unbeliebten, im Blick auf Merz und Scholz, was aktuelle Umfrage und Sympathiewerte anbelangt. Insofern geht es ja eher um die Frage, wie man Regierbarkeit herstellt, vielleicht auch um Radikalisierungsbremsen einzubauen, natürlich mit Themen. Das ist eigentlich das Zentrale. Die Personen können beide Parteien nicht zentral nach vorne schieben. Das wäre eine vollkommen falsche Mobilisierungsstrategie. Hat aber, weil Sie ja in Antworten richtigerweise auch direkt schon Brandenburg mit Berlin und der Situation im Bund oder in der Berliner Koalition verknüpfen, was bedeutet das Ergebnis denn jetzt für Olaf Scholz? Erstmal eine Entspannung, weil er kann in Potsdam wieder einkaufen gehen. Berlin, das war ja doch in den letzten Tagen kurios. Wenn er rausging, hätte er ja eigentlich Wahlkampf gemacht, das wurde ihm verboten. So eine Konstellation kennt man ja nicht. Also, dass ein Land sich gegen Berlin oder früher gegen Bonn mobilisierend aufstellt, das ist normal, das ist der Alltag. Aber so krass, dass man auch den Kanzler versteckt in einem eigenen Land, in dem Wahlkreis, in dem er wohnt, das ist wirklich ungewöhnlich. Und insofern ist das natürlich für ihn eine besondere Situation. Er wird sich zurücklehnen, weil er jetzt den Ministerpräsidenten letztlich für die SPD auch zielbar mit hat. Aber das wird ein paar Tage Ruhe bringen, aber nicht grundsätzlich, das glaube ich nicht. Die Nachfragen werden wachsen, woher er seine Gewissheit nimmt, zum zweiten Mal mit schlechten Ergebnissen doch noch eine Aufholjagd hinzubekommen. Weil die Gewissheit beruht ja auf den systematischen Fehlern, die die Union macht. Das ist ja der Hintergrund. Nicht so sehr auf die sozialdemokratische Tonalität, auf die Farbe Rot, auf die Themen, die sie ins Zentrum rücken werden, sondern eher auf der Fehlerkultur der Union. Aber ob die zum zweiten Mal, weil sie auch lernfähig sind, die gleichen Fehler machen und nicht einig sind, da habe ich doch meine zweite. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es großen Rückenwind gibt, trotz eines Wahlerfolges, wenn man sich dann, sage ich mal, sein eigenes Schicksal an eine Wahl knüpft, wo erkennbar, wie Sie eben gesagt haben, man sich vom eigenen Kanzler distanziert hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Wahlsieg trotz Olaf Scholz ist, aber auf jeden Fall nicht mit ihm. Ja, beim letzten Mal, und zwar fairerweise in Zusätzen, hat er diese Respekterzählung ins Zentrum gerückt mit seiner Person und hat dann geglaubt, dass er sich am Ende damit durchsetzt. Und das war auch ein Teil, weil er nicht nur eine Geschichte erzählt hat, sondern es auch mit Instrumenten komplett unterliegt hat, was den Mindestlohn anbelagt. Das war guter Mobilisierungsschachzug. Und ich schließe nicht aus, dass die SPD das auch noch macht, aber wir wissen natürlich nicht, wie die Konstellation ist. Ein Jahr ist sehr lang und Teile der Ampel sind gar nicht mehr messbar bei Landtagswahlen. Das ist doch interessant. Die Grünen noch so ein bisschen, die FDP überhaupt nicht. Und ob es so ein Stillhalteabkommen gibt, also ich bin da unsicher. Ich habe manchmal den Eindruck, die Ampel ist zu schwach, um auseinanderzugehen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil Sie gesagt haben, es ist noch ein Jahr Zeit. Also wenn alles normal lief, ein Jahr Zeit. Das kann ja auch früher zu Wahlen kommen, wenn man sich jetzt die anderen Ampelpartner anguckt. Die Grünen sind aus dem Landtag geflogen. Die FDP hatte jetzt nach der aktuellen Hochrechnung 0,8 Prozent. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwann schon mal hatte, dass eine amtierende Regierungspartei unter einem Prozent auf einer Landesebene rückt. Also müssen die aus der Ampel raus, um sich irgendwie noch zu retten oder ist das eigentlich verloren? Ja, wir müssen ja die Trilogie sehen, diese drei Ostwahlen, die jetzt damit auch natürlich vorbei sind. Und insofern sind die Teamenschwerpunkte in Zukunft jetzt auch andere. Auch diese Jammer-Folklore, die damit einhergeht. Es ist eine Minderheit der Minderheit, die hier radikal gewählt hat, im Blick auf die gesamten Wählermärkte in der Bundesrepublik Deutschland. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ostwählerinnen und Wähler ticken auch anders. Daraus jetzt Schlussfolgerungen für das Bundesgebiet zu ziehen, sind absolut falsch. Aber klar, die Demütigung der Ampelparteien insgesamt bei diesen drei Wahlen sind nicht zu übersehen. Und die Schlussfolgerungen waren aber bisher bei anderen Wahlen, dass keine gezogen worden sind. Sondern man irgendwie weitermacht und man verspricht, sich irgendwie zu bessern. Oder die SPD hat diesen Floskel-Alarm immer ausgelöst, zu sagen, wir müssen besser erklären. Das ist ja, als Zubauer kann man das ja nicht mehr ertragen, als ob nur es am Erklären liegt. Ich bin unsicher, ob die FDP stillhält. Von der Konstellation her geht es ja darum, wenn es zu einem Bruch kommt, als Sieger aus dem Bruch hervorzugehen. Das muss man schon raffiniert anlegen, dass man nicht der Böse ist und derjenige, der als Rebellion auftritt, sondern dass man eine positive Geschichte hat. Das ist nicht so ohne. Was sagt es denn aus Ihrer Sicht für die Situation von Politik insgesamt aus, dass es jetzt heutzutage möglich ist, in den drei aufeinanderfolgenden Landtagswahlen, wie Sie sagen, im Osten in einem Gebiet, auch mit einer Minderheit von der Wählerschaft her, aber in den vergangenen Jahrzehnten sind Koalitionen oder amtierende Politiker schon aufgrund besserer, schlechter Wahlergebnisse ins Strudeln geraten. Und man hat das Gefühl gehabt, dass die Ampel die letzten Wochen relativ weggeatmet hat, natürlich auch immer mit Verweis auf die Wahl jetzt in Brandenburg. Aber irgendwie sagen wir immer, wir leben in so einer aufgeheizten Gesellschaft und die Medien tragen zu diesem Aufheizen bei. Aber in dem Moment habe ich das Gefühl, dass die Ampel relativ abgekoppelt von diesen Ergebnissen im Osten ihre Sache weitermacht. Manches ist so irgendwie eingepreist. Die Berliner Republik bleibt in ihrer eigenen Blase. Man hat sich da auch nicht dann gezeigt und eingemischt, weil es doch sinnlos war, weil das nicht für das, was ich selbst nutzen konnte. Das ist auch mein Eindruck, der sich verfestigt. Aber wir sehen einfach eine gigantische Wahlbeteiligung. Also da ist ein Aufbruch, den man politisch organisieren kann, absolut beeindruckt. Wir sehen, es ist immer gelungen, eine offensive Abwehrkoalition gegenüber der AfD zu organisieren. Die Abwehrkonstellationen greifen aber ganz offensichtlich. Die Empführungsunternehmen legen zu, das sieht man durchaus. Aber viele sehen im BSW nicht gleichermaßen etwas Radikales. Insofern hat sich viel an Mitte auch durchaus erhalten, ohne jetzt zu behaupten, es gäbe eine Mitte im Osten, das ist eine leere Mitte, die ist nicht wirklich ausgefüllt. Insofern ist es anders als zum Westen. Aber das sind ja auch positive Zeichen, die davon ausgehen. Und die Bundesregierung ist unbeteiligt an der Sache. Und ob die Vorhaben, die Koalitionsvereinbarung, noch das eine oder andere Blick auf Rentenpaket und so weiter umzusetzen, werden wir sehen. Bisher haben sie sich praktisch eine eigene Brandmauer gebaut gegen alle Wahlergebnisse, die bisher erfolgten. Und ob das ein Jahr durchzuhalten ist, ist natürlich reine Spekulation. Unser Regierungssystem schützt vor schnellem Wandel. Wir sind Stabilitätsfanatiker. Wir können nicht einfach ausrufen, wir machen Neuwahlen. Es gibt kein Selbstauflösungsrecht. Es gibt es in den einen oder anderen Landtagen, aber es gibt es nicht im Bundestag. Aber das ist nicht so ohne. Ich kann mir eher vorstellen, dass es auf eine Minderheitsregierung rausläuft, die dann in die Schlusskurve zur Bundestagswahl einläuft. Also dann ohne die FDP könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber dass es zu Neuwahlterminen kommt, das ist sehr voraussetzungsvoll. Zumal ja auch, das war bisher immer die Argumentation, ist ja nicht das erste Mal, dass wir jetzt bei dieser aktuellen Form von der regierenden Ampel über Neuwahlen spekulieren. Ist ja nicht von der Hand zu weisen, war das für alle drei Ampelpartner. Und wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anguckt, relativ viel auf dem Spiel stehen würde. Und es natürlich die Hoffnung gab, dass man es vielleicht irgendwie noch umgedreht bekommt. Genau, aber man kann jetzt auch nicht sagen, von dem Wahlergebnis her, wenngleich das eine besondere Wahl war. Wir haben eine Zersplitterung des Parteiensystems. Immer mehr Parteien, Regierungsbildung werden schwierig. Nein, das haben wir gesehen überhaupt nicht. Vier Parteien, Mini-Parlament. Auch das ist möglich. Wir unterschätzen oft die Dynamik, die sich doch ergibt, um stabiles Regieren möglich zu machen. Und ich behaupte, auch in Thüringen wird eine stabile Regierung am Ende rauskommen. Vielleicht mit so einer Art Senatsmodell, bei dem im amerikanischen Senat ist die Vizepräsidentin oder Vizepräsident, ja nicht Mitglied des Senats, aber er hat eben die Möglichkeit für, wenn Patz-Situation ist, für eine Mehrheit zu sorgen. Harris hat das in Amerika auch über 30 Mal genutzt. Biden als Vizepräsident kein einziges Mal, je nachdem, wie die Konstellation ist. Ich kann mir vorstellen, dass dann Ramelow zum Beispiel oder andere auch so eine Konstellation nutzen, um mehr als verhältnisse stabil für einen Ministerpräsidenten Vogt herzustellen. Also es ist auch nicht nur Labilität, muss man nicht wagen, sondern es ist Stabilität herstellbar unter diesen Rahmenbedingungen, die wir immer beschreiben als schwierig und da kommt überhaupt nichts zustande und das ist so unübersichtlich und kommen überall holländische Verhältnisse. Ist ja nicht so. Das setzt aber auch voraus, dass Sie weiterhin sagen, auch nach dem Eindruck der letzten Wochen, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht für Sie Teil einer ein stabilisierender Faktor sein könnte, weil es gibt auch viele, die sagen, sehr wenige Mitglieder, man weiß nicht genau, wie das Bündnis sich in Verantwortung verhalten würde und es ist eine große Wundertüte. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt die Projektion gewählt. Weniger Staatstragen wie die CDU, Kümmerer, Hafter, viel mehr als die Linke. In keinster Weise radikal so war, dass das kleine Röbel für viele Wählerinnen und Wähler, das ist eine Projektionsfläche, wir wissen nicht, 40, 50 Mitglieder, wir haben die in den Landesverbänden, nirgendwo. Das stimmt, aber zum Beispiel gestern Abend, der Spitzenkandidat vom BSW dort, der war ja ganz viele Jahrzehnte Mitglied der SPD. Dann in anderen Landesverbänden hat man auch solche starken kommunalen Politiker als Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, die man doch kennt als Wählerinnen und Wähler und insofern ist das keine Leihenschar, wie das bei der AfD oft der Fall ist. Auch keine, die gar keinen Job haben und hoffen, über ein Mandat irgendwie fünf Jahre einen Job zu haben, wie das bei der AfD oft der Fall ist, aber das ist beim BSW nicht der Fall. Sehe ich hier wirklich, ein Stabilisierungsfaktor, ob der sich längerfristig hält, ist unklar, weil es keinen gesellschaftlichen Konflikt im Kern abbildet, sondern nach wie vor über die Projektion einer Person gegenüber sich eben mit Sarah Wagenrecht darstellt. Und wenn man als Bündnis den Namen schon im Titel trägt, dann ist das natürlich automatisch sehr personenbezogen. Ja, und das macht es auf Bundesebene nicht nur unwahrscheinlich, sondern unmöglich, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Dafür haben die Parteien der Mitte, Sarah Wagenrecht, aus der Nähe, aus dem Bundestag kennengelernt und beschreiben sie ja immer so, dass sie in den wenigen Minuten, in denen sie überhaupt an Plenarsitzungen teilgenommen hat und mal Reden gehalten hat, die auch nur gegenüber der Kamera im Bundestag gehalten hat und nicht an die Abgeordneten gerichtet. Also das war ganz gezielt für sich selbst eine Kampagne. Und irgendwann historisch ist es interessant zu sehen, wie diese Lizenz zum Spalten familiär dort umgesetzt wird. Der Ehemann spaltet die SPD und sie spaltet die Linke. Das ist ja doch für Geschichtsbücher und für Generationen ein sehr politisch interessantes Phänomen. Natürlich jetzt auch, wenn man allein auf die Personen blickt, irgendwie eine interessante Partnerschaft. Aber ich glaube, das wäre jetzt fernab von dem, was wir beide beurteilen können. Ja, wir wollen ja hier nicht irgendwie Brigitte-Wahlkämpfe am Ende analysieren, sondern VRM-Niveau halten und da verbietet sich sowas. Dann bleibe ich mal auf der VRM-Niveau-Liste und wollte mit Ihnen nochmal auf die CDU blicken. Wir haben sie vorhin kurz angesprochen. Im Zusammenhang mit einer möglichen, wie ich jetzt gelernt habe, eine große Koalition kann es ja nicht mehr sein, weil es ja nicht die beiden größten Vertretungen dann sind, aber auf eine mögliche Angola-Koalition, für die es jetzt auch nicht mehr gereicht hat. Ich könnte mir vorstellen, die CDU hat sich auch durch die Kandidatur von Merz jetzt unter der Woche in Brandenburg mehr ausgerechnet, oder? Nein, ich glaube nicht, dass Merz deshalb das vorgezwungen hat, um irgendeinen Effekt damit auszulösen. Im Gegenteil, man wollte in ruhiges Fahrwasser gehen und das, was ansteht, der Selbstbewerbung oder der Unterstützung, Kanzlerkandidat zu werden, nicht noch durch Brandenburg irgendwie schädigen lassen, so interpretiert. Insofern ist es einfach losgelöst davon und es ist der schlechteste Fall eingetreten, die Regierungsbeteiligung scheint es nicht zu geben, wenn nicht drei Partner am Ende doch zusammenkommen. Die Grünen können nicht mehr mitmachen. Naja, aber das könnte ja eine übergroße Koalition auch gebildet werden mit CDU, BSW und SPD eben. Das ist nicht komplett auszuschließen, aber glaube ich nicht, weil zwei Parteien, BSW, SPD, ja die Mehrheit haben und das ausreichend. Also die Regierungsbeteiligung fehlt, damit ein weiterer Einfluss im Bundesrat für die CDU. Das ist eine deutliche Niederlage, nicht nur ein schlechtes Ergebnis, sondern bisher hat man immer gemeint, naja, die sind noch in der Regierung beteiligt, ist aber jetzt nicht der Fall. Das ist ein herber Rückstag, eine Regierungsbeteiligung zu verlieren. Das kennen die CDU schon lange nicht mehr, das kennen die anderen Parteien in der Ampel, aber nicht die CDU. Dann probiere ich es nochmal mit der Kandidatur oder mit der Kür von Friedrich Merz, hat die CDU damit die SPD ein wenig unter Druck gesetzt, weil dort jetzt das Personaltableau eben schon steht, so frühzeitig. Nein, das sehe ich nicht. Ich versuche sie mal ein bisschen zu kitzeln und sie sagen immer nein. Ja, ich will ja hier nicht in irgendeiner Weise irgendwie auf den Leimkallen, vielleicht in den ringsten Fallen laufen hier. Ich muss mich ja immer befreit wieder hier halten und Backe halten und immer darauf achten, was sie hier versuchen mit mir. Nein, so ist es nicht. Das ist ungewöhnlich ein Jahr vorher, das diszipliniert zwar, aber man hätte es auch nochmal ein paar Monate ausschieben können. Und eine Regierungspartei mit Kanzler, die ist überhaupt nicht unter Zeitdruck, das jetzt zu dokumentieren, dass man nochmal mit dem Kanzler antritt. Nur, Kiesinger wurde bislang nicht wiedergewählt. Insofern wäre ja Scholz auch der erste und einzige Bundeskanzler, dem das widerfahren würde, dass er nicht antritt und vielleicht auch nicht wiedergewählt wird. Das ist man natürlich nicht, aber die SPD ist hier nicht unter Druck. Es ist sehr interessant zu sehen, ob es am Ende vier Kandidaten gibt, ob es Alice Weidel antritt und Habeck. Sowas schließt sich nicht aus, dass wir vier Kandidaten haben und das wird dann eben, ist ja dann kein Duell mehr und kein Duell mehr, dann ist es schwieriger. Es sind vier, wobei ich glaube, wenn man sich die Werte anguckt, kann man sich natürlich fragen, ob das Wort Kanzlerkandidat bei den Grünen aktuell bei den Umfragewerten passend wäre. Aber Habeck kommt ja negativ gesprochen aus der Nummer nicht mehr raus oder positiv gesprochen, hat sich ja schon quasi in Position gebracht. Spätestens als Baerbock, nach welchem Gespräch hinter den Kulissen mit Habeck zusammen, er auch gesagt hat, sie steht damit nicht zur Verfügung. Er fragt ja nur noch Habeck. Es wäre natürlich ein fatales Zeichen, wenn die Grünen mal einen Kanzlerkandidaten stellen und mal nicht. Wahrscheinlich müssen sie es jetzt einfach jedes Mal machen, weil das ja sonst auch ein Eingeständnis der eigenen Misere wäre. Ja, und die Ausgangswerte sind auch Werte, die die SPD damals auch hatte, als sie mit Scholz als Kanzlerkandidat angetreten sind. Und wenn man das von eben wieder aufnimmt, an die Dynamik glaubt, die sich auf Wählermärkten weiterentwickeln kann, vor allem im Mittelbereich auch, dann ist jetzt nicht auszuschließen, dass sich Dinge da auch verändern. Also wir haben hier keine Statik. Und über Monate, allemal, es gibt auch die Internationale Dynamik, die ausgelöst wird durch die US-Wahl. Es gibt jetzt die Wahl in Wien, Österreich. Das ist alles nicht direkt wirksam, aber es gibt natürlich konlaterale, mediale Effekte allemal. Und die eine oder andere Motivlage, die sich damit bei Wählern noch verändert. Aber was glauben Sie denn, wie es jetzt in der SPD weitergeht? Weil in den vergangenen Tagen ja schon aus der Partei heraus der eigene Kanzler schon deutlicher indirekt und direkt angesprochen worden ist. Lars Klingbeil hat gesagt, er wünscht sich mehr Führung und mehr klare Worte. Kevin Kühnert hat das jetzt sogar direkt am Wahlabend nochmal betont. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass Olaf Scholz noch nie so der ganz große Liebling seiner eigenen Partei war. Ja, aber es sind ja jetzt schon Strömungen zu vernehmen, dass die SPD-Parteiführung dem Kanzler immer mal was ins Hausaufgabenheft schreibt. Sind das schon erste Zersetzungsprognosen oder Anzeichen? Oder was denken Sie, wie das jetzt weitergehen wird? Ich sehe das als eine Überbewertung in unserer Beobachtung. Denn dass er so ist, wie er ist und dass er sich auch niemals ändern wird, davon kann man einfach ausgehen. Das heißt, weil er, wenn er selbst sagt, er will jetzt klarere Kante zeigen und mehr führen, das sehen Sie auch nicht? Nein, ich sehe das nicht. Ich meine, das sagt er auch nicht zum ersten Mal. Wir kennen nicht einen Politiker so gut wie ihn. Seit Jahrzehnten ist er in Führungsämtern seiner Partei von Hamburg und verschiedenen Generalsekretären und verschiedenen Bundesministerien geführt. Vizekanzler, also niemand kam so professionell in ein Bundeskanzleramt, wie er. Und so leise. Ja, ja, aber deswegen haben viele, immerhin 25,7 Prozent SPD, also nicht wirklich viele, als großes Mandat war es ja nicht, ihn gewählt, weil man ihn kannte. Und Bekanntheit ist ein großes Kriterium für Wählerinnen und Wähler. Und die Sicherheitsbotschaft, die damit einherging, sahen viele eingelöst. Und das ist eben jetzt so, wie wir sehen, die CDU hat sich befreit aus dem Schatten von Merkel, geht in andere Richtungen und hat eher die progressive Mitte als Bündnispartner im Blick, aber blinkt mehr Mitte rechts. So gilt das natürlich auch für Wählerinnen und Wähler, die die SPD gerne wählen, die auch nicht nur das Merkelige an der SPD jetzt lieben, sondern vielleicht auch was anderes haben wollen. Aber ich sehe nicht, dass Scholz sich von der Kandidatur abbringen lässt und auch nicht, dass er sich in irgendeinem Punkt wirklich ändert. Dann müsste aber umgekehrt, weil das ja nicht nur meine Wahrnehmung ist, sondern auch von anderen, auch wenn vielleicht etwas viel reininterpretiert wird, aber jemand wie Lars Klingbeil oder Kevin Kühnert oder Saskia Esken, obwohl da vielleicht mit Einschränkungen, die machen sich ja Gedanken darüber, welche Signale und Botschaften sie senden, dann müsste ja irgendwann die Kurve bekommen werden, hin zu einer Wagenburg-Mentalität und einem Signal der Geschlossenheit, oder? Ja, das stimmt, weil das war ja das Erfolgsgeheimnis, eben dieser Respekterzählung und dem festen Glauben von Scholz, dass die SPD erstmals nach vielen Jahren wieder an ihren Eigenkandidaten geschlossen geglaubt hat. Das zeichnet sich im Moment ja auch in den letzten Monaten aus, dass hier eine geschlossener ist und wir nicht diese Kakophonie der SPD haben, wie das über Jahre der Fall war. Aber ich meine, die Konzertation kann ja nur sein, krankheitsbedingt, dass er nicht weitermachen würde, oder ein internationales Amt, was ihn ruft, das mal weglobt. Beides sind Varianten und klar kann man sagen, auch im Januar war Joe Biden der sicherste Präsidentschaftskandidat in der Geschichte der Amerikaner und Schwupp war er weg. Aber dort war es leichter zu beobachten, weil im amerikanischen Wahlkampf ausschließlich Geld zählt und da haben die Gelder, die jetzt sind versiegt, das ist ja glücklicherweise bei deutschen Wahlkämpfen so nicht der Fall. Diese Verabschiedungskultur wäre hier eine komplett andere. Eine Parallele zwischen Amerika und Deutschland wäre, dass hinter Biden und Scholz mit Kamala Harris und Boris Pistorius quasi zu Hoffnungsträger stehend, wenn man jetzt in Amerika gesehen hat, was ein neues Narrativ und eine unbelastete Erzählung und einfach ein frischer Wind ja auch für eine Mobilisierung zumindest in einer öffentlichen Stimmung erzeugen kann. Eindeutig, ja. Das ist eben ein Ärgernis für Scholz, dass es Pistorius gibt, der ja selbst das noch nicht im Ansatz befeuert hat. Er macht einfach seine Arbeit und kann nichts dafür, was über ihn erzählt wird. Ja, genau. Und das ist eine Projektion. Jeder wird dann, wenn er nominiert ist, auch anders wahrgenommen. Dann ist man nicht mehr sicher, dass die Werte so gut bleiben, muss man fairerweise auch sagen. Man wird komplett anders bewertet. Jedes Wort wird anders bewertet, nicht eben nur als Verteidigungsminister, sondern eben auch dann als Kanzlerkandidat. Und das ist dann eine andere Arena, in der man sich bewegt. Aber ideal könnte man was draus machen, wenn man mehr Doppelteam, solche Dinge ins Zentrum rückt, Gemeinsamkeiten. Damit kann man natürlich noch punkten. Das wäre ein Ausweg. Ein Ausweg und Zukunftsmusik, was natürlich für uns schön ist, weil, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören uns ja künftig, Professor Karl Rudolf Korte und mich, Woche für Woche. Und wir werden die politische Lage in Deutschland, Rheinland-Pfalz und Hessen weiterhin für Sie analysieren und natürlich auch erklären, was dahinter stecken könnte. Herr Professor Korte, jemand wie Sie hat am Tag nach einer Landtagswahl sehr, sehr viel zu tun. Deswegen freue ich mich, dass Sie sich im ZDF Hauptstadtstudio ein Kämmerlchen gesucht haben, um mit uns noch ein wenig zu sprechen. Ich bedanke mich für unseren ersten Podcast. Eigentlich müssten wir jetzt anstoßen, Herr Korte, aber Sie sind soweit weg. Deswegen können wir das digital mit einem Gläschen Wasser machen, weil ich auch nicht weiß, ob Sie dann angeschäkert ins Fernsehstudio gehen würden. Aber Sie müssten dafür sorgen, dass jeden Sonntag eine Wahl ist. Dann können wir am besten uns analytisch austauschen. Also den Medien wird ja immer sehr viel Wirkung zugeschrieben. Deswegen können wir das natürlich gerne mal ins Auge fassen. Aber ich weiß auch nicht, ob jede Woche, jeden Sonntag eine Wahl, Sie, mich, unser Haus und vielleicht auch die Gesellschaft etwas strapazieren würde. Wir können sie weiterhin mal wohldosiert einstreuen. Und weiterhin, Sie haben es ja schon gestellt. Über 70 Prozent Wahlbeteiligung. Das ist einfach gut. Das wünscht man sich jeden Sonntag. Absolut. Auch Einschaltquoten. Ja. Zum Beispiel für unseren Podcast, Herr Korte. Genau. Vielen Dank für den Auftakt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es macht mir und hoffentlich auch unseren Hörerinnen und Hörern sehr viel Lust auf mehr. Wir zwei, Herr Korte, hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im ZDF und eine schöne Woche. Danke. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Korte und Ring ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Dennis Ring, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio-at-vrm.de. Verkauf über alle Jungs- und Mittelhessen. Alles in die Zukunft ist ein Podcast. Vika wir wiederholfen, wir sind unsere VW-K Dame, die jetzt hość und mittelhessen. Wobei wir das nachdemen, ihre Produktion zu machen. Wir überern, unsere Verkauf über dieizer Datenburen, die wir haben gelernt. Vielen Dank.